hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play new super my brothers you und wir machen jetzt weiter mit echten heim 3 der joshihügel ich bin wieder an den joshihügel und vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt die joshihügel jetzt kommen joshis juhu und hier müsste irgendeiner sein ist hier ein joshih drin nein ist hier ein joshihügel drin nein dann wird er bestimmt da oben sein ein kleiner joshihügel und nein wow ich dachte da wird echt einer drin naja da hat nicht da sind ein paar monty maulwürfe monty nicht mountie so so wo sind mein joshih ich bin joshi wo sind joshi gib mir joshihel blöde brenner pflanze kann man hier rein nein kann man nicht hier ist aber ein joshi kam ein grüner ausgewachsener joshi so muss das und strampeln wunderbar und mampfen immer mampfen monty maulwurf nein du solltest den monty essen so ganz brav genau kann man hier noch ein hier ist eine rote röhre einfach mal rein und in einer höhle können die alle aufmampfen ach ne die sollten wir nicht mampfen man kann nämlich darauf ohne dass was passiert joshi hat sehr robuste schuhe hat er wohl an muss man wohl sagen sonst würden sie ihn ja durchknabbern den armen joshi aber er hat sehr robuste schuhe deshalb tun sie es nicht so ein gupper oder das hätte ich da oben machen sollen das ist jetzt doof so fast mein leben bekommt schade na gut wow folgen noch mal den panzer ziel so rein nö und ein eichen yay so ist das schön einmal checkpoint und rutschi 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 so münzen 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 hier ist bestimmt ein item drin oder noch ein joshi ok da wären noch ein joshi drin gewesen aber wir haben noch ein so ok ah monty ok da gibt es einfach mal münzen warum auch nicht und die sind aber auch schnell muss man sagen sind ganz schön so zack und zack und so und noch ein joshi mein gott drei joshis wäre es hier gewesen tja tja aber uns fehlt noch die dritte münze ah nein joshi nein bleib hier oh joshi joshi so schön mampfen mampfen das ist ganz fein so du auch nochmal gemampft hier so ok da geht es nicht runter das war sehr schlau ne 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 ähhhh joshi bleib hier joshi Ochjoshi heute noch danke Alle Starne in de ruhe waren da schon drin gewesen Äh hier ist nix super hier haben wir auch nix oh da haben wir ganz viele Äpfel ganz viele Äpfel aber hier kann man rein so na gut kann man da hoch na irgendwie nicht aber da kann man irgendwie hoch das sehe ich doch aber wie kann man denn da hoch von so irgendwie wenn man von Yoshi abspringt dann wird es gehen aber das wollen wir ja nicht na gut die kann man echt nicht rein da oben gab es die letzten Münze denke ich mal weil hier ist jetzt nämlich Ende jopp Ende naja gut okay und tschüss Yoshi ja leider hat man sie nicht mit du hast den Level abgeschlossen ohne Schaden zu nehmen fällt dir jetzt die ne danke ja das ist halt das erste Spiel und da wollte man halt so gut wie möglich die Video promoten also vor allem das Mewes und von daher ja gut ich würde mal vorstellen wir gehen nach rechts und nehmen uns mal den kleinen da mit Yoshi umsonst Baby Yoshi Yoshi hey ich bin dein Baby Yoshi bestimmt weißt du wo mein Decke rein findet ich laufe dir einfach meinen Teil her okay das war doch lustige Geräusche Eichenhain 4 Pilzparcours nein du sollst ich runterfallen oh ja das war lustig das war lustig wo er so ein dicker Ballon wurde und so richtig aufgeblasen ist das fand ich lustig so aber da haben wir hier schon das ist drin eine Feuerblume die haben wir noch so ich finde es auch so geil wie er am Anfang mitsingt also es ist einfach so ah Details ja das ist immer schön wie kann ich damit aufhören so okay vor allem diese Gumbas finde ich da unten total komisch sind das überhaupt Gumbas stimmt irgendwie so eine Abwandlung von und noch mehr Münzen mit unserem Yoshi hier aufgeblasen der denkt sich aus so warum warum halte ich überhaupt die Luft an guck dir mal an seht euch den Gesicht ausdruck an mhm bin ein bisschen dick so kann ich ich kann euch doch essen aber konnte ich den essen nein den konnte ich glaube nicht essen die sind glaube ich ein bisschen oh zu fett so okay kannst runterlassen die könnte eigentlich loslassen also nicht gibst du hier her mein Yoshi danke mhm so eine Feuerblume die nehme ich gerne mit na komm wow okay das war ja dieses Manöver okay okay wunderbar dann ist eine Röhre da würde ich gerne hingehen oh da sind noch mehrere Röhren kann ich die nicht essen ah doch wusste ich doch der kann die ja essen und da geht es auch rein dann habe ich jetzt gedacht was so gut bewacht wird da muss man auch reinkommen und ein grüner Ring mit grünen Münzen ich weiß gar nicht mehr was da der Unterschied war so ah ja genau die kommen immer so komisch oh und ein Leben ach geben die mal nur ein Leben na gut ich dachte hier wäre ein Münster aber leider nur ein Leben davon kann man ja auch nicht genug haben oh sagt er doch dass du hoch gehst Pils Mensch 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 ist hier oben was außer ein Leben mein Gott Leben über Leben hier ach guck du Pflanze ich habe die letzte Münster gesehen wie komme ich denn da hin so naja fast äh ähm ähm nein oh hier hat mich fallen lassen müssen noch ein bisschen länger ok so geht es auch und hoch schön hoch und so und so und so und Ende zack und alle Münzen und da wartet der Kleine Mario Time kommt der mit ich meine er kommt mit ne ne der bleibt da ne doch der kommt mit ok der kommt mit du hast diesen ich glaube ich habe irgendwas vergessen ich glaube ich habe du hast in diesem Leben alle drei Sternenmünzen gefunden hey ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern dass Mibu jetzt so explizit danach gefragt hatte hm oh ich habe irgendwas falsch eingestellt kann auch sein äh so ja dann wollen wir mal hier Eichenheim 5 Piranha auf und ab so komm mal wieder her mein Kleiner kannst du ihn essen ne kannst du nicht schade hätte es ja sein können aber ich glaube der ist zu groß für dich obwohl Joshi es gerne alle essen alles essen aber der ist wohl zu groß ah den Koopa den kannst du auch essen da Mampf mal schön gemacht da unten kann man rein dass ich jetzt schon nur Frage ist wie kommen wir da ein bisschen hin bleibt man da kleiner Joshi ist wie im Kindergarten laufen immer weg so okay nur Münzen echt jetzt mal nur diese Münzensache ey das ist ja nervig da ist ne Münze haben wir Münze Uno das war Münze Uno ja oh Hammerbruder Hammerbruder und tschüss gut so ein Checkpoint eine Feuerblume und Hallöchen Mampfen Mampfen alles Mampfen ja ist da unten noch was außer der Tod okay nur der Tod okay ja gut den brauchen wir nicht kann man den essen nein kann man nicht essen und tschüss das böse der war böse roter Koopa mhm lecker lecker hier auch so schön viel Aus hat er hier oh da kann ich noch an erinnern äh so tot tot bleibt bitte hier mein kleine Joshi denn wir gehen jetzt rein ich hoffe da kommt die zweite Münze naja ach ja wir konnten ja das hier machen stimmt tja ganz vergessen ha Aua war ganz schlau aber so geht's auch äh ich hätte keinem Baby Joshi wieder äh ich hätte mein Baby Joshi wieder soll ich jetzt wirklich ein Leben aufwachen jetzt die Frage ähm ja okay doch das müsste es eigentlich gehen mit dem Joshi hier einmal so wunderbar schön aufgeblasen und einmal runter oh Gott okay das war gewagt aber okay ah ich hätte gerne einen Pilz wow ach ein Pilz schön 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 und rutschen 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 willst du nicht rutschen ich will ja nicht rutschen weil ich Joshi genannt habe kann er nicht rutschen okay wow das war knapp tschüss und da ist die letzte Münze yay ist okay 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 und hier wird wohl jetzt das Ende wieder kommen und perfekt ein One-Up Mario-Time Salut und kommen wir wieder kleiner mit mein kleiner rosa Baby Joshi der sich gerne aufbläht nicht jetzt ich glaube ich habe irgendwas falsch eingestellt weil der fragt mich jetzt die ganze Zeit wie es ist das ist ein bisschen nervig ich schaue mal beim nächsten mal ob ich das irgendwie ändern kann ob man das nicht ändern kann müssen wir mal schon so erstmal Eichenhain grüne One-Up-Haus aus diesem Kanon kommen gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen brauchst du ihn und reinzusammeln hast du am Ende mehr Dings als La wirst du mit One-Ups belohnt ja äh hallo äh ich hätte gerne grün das hasse ich immer will keine Münzen ah so einen Pilz nehme ich gerne oder auch nicht hallo hier kommen nur Münzen ey oh nein na super jetzt habe ich null Leben nein nicht den nein oh ich springe aber auch doof naja ein Leben zwei Leben ne drei sogar achso aber ein Bowser na gut na gut ja 23 Leben haben wir schon mal die werden wir noch brauchen denn das Spiel ist am Anfang natürlich wie immer sehr schön leicht einsteigerfreundlich aber das wird sich ändern so erstmal hier Piranha Pflanze battle ähm ach ja wir haben ja hier unseren Yoshi der wird zur Laufmampf dann passt das schon kommst raus schön rausgekommen hier gibt's Essen frisch essen hier so und ein Stern na gut so ja okay ein paar Sterne okay ja dann würde ich mal vorschlagen äh Eichenhain großes Schloss Lemmys Pendelfestung ach das war Lemmy ah ne da war das ach der hieß der Typ anders war nicht Morton doch da war ne da war nicht Morton da hieß er irgendwie anders der Typ als den wir zuerst gekämpft hatten aber okay ich könnte schwören da oben geht's hoch ja da geht's auch hoch aber jetzt später ja Lava 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 der Freund jeden des Schlosses ohne Lava wäre es kein Schloss ne einfach doof na das war auch nicht so gut das war schon besser sehe ich hier oben auch was nö kann ich hier hoch ja kann ich kann ich bringen wir irgendwas nö warum kann man es dann äh ups das war zu früh ups was war hier drin will ich sehen okay nur ne Münze das ist eine große Sternmünze so ich muss hier das hier aber auch cool die gefällt mir auch ja so hier sind Hotheads böse böse paar Münzen überfliegen wir gerade mal so ein bisschen haben wir gerade einen kleinen Speedrun raus naja nicht wirklich okay das war zu knapp aber wir haben die Münze okay ich dachte erst wir wünschen sterben aber nein das ist schon gar nicht will ich wirklich alle roten Münzen haben äh ja so lala da ist mein Leben tschüss gnaudrücken oh da ist ne eure da hab ich gern rein aber echt jetzt oh god das war fies äh super das hab ich nur mit Dings ne ne das ging zwar auch so aber sehr böse okay weil Lava ist ja Instant Death ne das wissen wir ja in allermal spielen kann man sich ja noch danach retten aber hier ist es leider der tot sofort der sofortige tot so hier noch ne feuerblume ja da wollen wir mal gegen Lemmy antreten die großen Türen so da ist Lemmy im Mittagrund ja komm her wir wollen kämpfen ach wir kämpfen auf sein Schiff cool bumm und rein da hallo Lemmy der kleine Spielball spielt gerne mit seinen Bällen und mit Bomben äh bleib hier dankeschön und einmal so ja und nochmal und flump weg da so aua große Bombe aber wir haben ihn besiegt Mario Nummer 1 Mario Nummer 1 ja ach man ja ich weiß dankeschön ja und damit ist Welt 1 abgeschlossen ist doch schön tschüss ja und damit ist der Weg frei für Welt 2 und wir speichern dauert ja nicht lang ja Welt 2 da sind wir die Wüste mit dem schönen Kuchen Zwangkuchenwüste so heißt sie auch passenderweise aber Leute die werden wir erst im nächsten Part machen und wie wir sehen hier schon ein schöner Überblick der Wüste aber wie gesagt erst im nächsten Part geht es weiter und in den darauf folgenden und äh bis dahin sag ich schau euer Nenjoshi Tendo bis dahin bis dahin Bis zum nächsten Mal.